Ich bin in Bielefeld geboren, in Ostwestfalen, bin da die ersten zwölf Jahre aufgewachsen mit Geschwistern bei meinen Eltern und war dann seit meinem zwölften Lebensjahr im Internat in Bayern, im Benediktiner Internat und habe da sozusagen meine Schulzeit bis zum Abitur verbracht. Ich bin der Älteste von insgesamt vier Geschwistern. Ich würde sagen, das hat mich schon ein Stück geprägt, wobei wir alle relativ nah aneinander sind. Also da sind jetzt keine riesigen Altersabstände gewesen. Und ich würde auch sagen, meine Eltern haben schon eine echt prägende Wirkung auf mich gehabt, weil wir haben ein Familienunternehmen zu Hause, ein mittelständisches, das auch jetzt dann durch meine Brüder geleitet wird, in der vierten Generation. Ich würde sagen, dieses Unternehmerische hat schon eine sehr große Rolle bei uns gespielt. Insbesondere am Abendbrottisch, würde ich sagen, und am Wochenende. Was ist das für ein Unternehmer? Das stellt Verbindungselemente her, man könnte auch einfach Schrauben und Muttern sagen. Automobilzulieferer, heute auch durchaus, sag ich mal, in anderen Märkten außerhalb Europas tätig. Und das hat mich schon, oder uns immer beschäftigt auch. Also familiär erstmal gar keine. Meine Mutter stammt aus Baren, mein Vater eben aus Osterfalen. Ich würde sagen, wir hatten gar keine Verwandten in den neuen Bundesländern oder in der damaligen DDR. Aber ich war dann doch auch vor der Wiedervereinigung zweimal in der DDR. Kann ich vielleicht da noch ein bisschen genauer berichten. Und ich würde eins sagen, und das ist heute noch so, ich fand aus irgendeinem Grund immer so systemisch spannend, die eben unfrei waren. Also am Ende totalitäre Regime. Und ich würde sagen, ich habe mich nicht so besonders für die DDR interessiert, aber ich habe mich sehr schon sehr früh auch für den Ostblock interessiert und solche Länder. Also insofern war ein Interesse da. Das habe ich im Studium nachher auch noch ein bisschen weiter sozusagen vertieft. Also ich war einmal mit einer, sag ich mal, Kulturreise in der DDR. Meine Mutter hatte die irgendwie organisiert. Da haben wir so ein, ich würde sagen, eine klassische Tour durch Thüringen und Sachsen gemacht. Dresden, Leipzig, Weimar, die Wartburg, Buchenwald waren wir auch. So da habe ich, sag ich mal, einmal ein Gefühl dafür gekriegt, sozusagen, dass in diesem Teil Deutschlands eben ein großer kultureller Kern des Gesamtlandes auch da war. Das konnte ich mitnehmen. Und das Zweite, was ich mitgenommen habe bei der Reise war, dass der Zustand der Städte mich echt ein Stück schockiert hat, muss ich ehrlicherweise sagen. Also Weimar habe ich wie ein verwunschenes, im Wald fast verschlucktes Städtchen in Erinnerung. Und das Dritte, was ich mitgenommen habe, war eben doch ein ordentliches Maß an Unfreiheit. Also das zeigte sich einmal, als wir in Weimar waren, es waren auch ein paar Jugendliche dabei und wir sind dann abends noch losgezogen und hatten da in dem Wasserturm, ich glaube, den gibt es heute noch, gab es einen Jugendclub und da wollten wir dann rein. Da war auch was los und da wollten wir rein und dann haben die gleich natürlich gesehen, dass wir Westdeutsche waren und haben gesagt, es tut uns leid, hier dürfen nur Studenten rein. Dann haben wir gesagt, überhaupt kein Problem, haben unsere Studentenausweise der LMU und anderer Unis gezückt und wollten dann rein und dachten, ha, jetzt haben wir sie. Aber dann mussten sie sich natürlich erkundigen und natürlich durften wir nachher nicht rein. Das waren so, würde ich sagen, eher auf der privaten Seite Erlebnisse. Und dann habe ich eine sehr spannende Reise mit meinem Vater gemacht, der für unser Familienunternehmen in der DDR Schrauben gekauft hat. Also es gab in der DDR in Chemnitz, also damals in Karl-Marx-Stadt und in Finsterwalde gab es zwei große Schraubenfabriken und ich habe mit ihm eine eine sehr spannende Erfahrung. 1989, 90, 90 bin ich ja fertig geworden, habe ich so in der Endphase das Studium gehabt und ich würde auch sagen, zu Beginn bin ich gar nicht mal so sicher, ob ich da so aufmerksam das verfolgt habe, weil wenn man da so sein Studium zu Ende bringen muss und will, dann ist es schon so, dass da der Fokus drauf liegt. Und ich würde sagen, ich habe dann immer mit größerer Faszination dann eben gesehen, wie Menschen eben in die Botschaften geflüchtet sind nach Prag, über Ungarn rausgegangen sind und natürlich dann auch diese Proteste, die in Montagsdemonstrationen stattgefunden haben. Das hat mir schon Respekt abgenötigt, weil ich ja wusste, das hat mit unheimlich viel Mut zu tun. Ich kann es Ihnen nicht sicher sagen, ob ich Angst hatte, dass sozusagen das Militär wieder eingreift, wie 1953 tendenziell, würde ich sagen. Hatte ich das nicht auf dem Schirm oder nicht gedacht, dass das passieren würde, ist dann ja auch nicht passiert. Und so habe ich das verfolgt. Und ich würde sagen, ich hatte da meine Grundpositionen, es gibt eben zwei deutsche Staaten und die funktionieren eben ein bisschen unterschiedlich, noch nicht aufgegeben. Also ich würde sagen, ich habe am 3. Oktober 1990 war ich in Kanada. Ich hatte meinen Examen gerade gemacht und war mit einer Freundin in Kanada unterwegs. Und wir waren irgendwo in der Nähe von Vancouver in den Bergen auf einer Berghütte. Und ich muss zugeben, kann ich hier ja vor Kamera sogar tun, wir sitzen auf dieser Berghütte und dann kommt eine alte Kanadierin auf uns zu, die da auch war und sagt, you must be so proud today. Und wir haben uns beide angeguckt und haben uns so ein bisschen gefragt, hä, wieso? Und dann sagte sie, hey, it's your reunification day today. Und ehrlich gesagt, da habe ich schon ein schlechtes Gewissen gekriegt in dem Augenblick, dass mir das nicht so wichtig war, wie ich jetzt heute sagen würde, dass es mir das sein sollte. Und ich würde auch sagen, dass ich am Anfang eine Weile gebraucht habe, um überhaupt das Zusammenkommen dieser beiden deutschen Staaten wieder zu einem als gut fand. Ich war mir nicht sicher, würde ich sagen, damals, ob ich diese Stellung, die dann mit Deutschland wieder in der Mitte von Europa kriegt, gut fand. So, heute sehe ich das ein Stück anders, aber damals hat es eine Weile gebraucht. Ich war ja mit dem Studium fertig und hatte eigentlich vor, dann anschließend zu promovieren und saß da sozusagen in München. Ich war aus Kanada quasi zurück und saß da in München und wie das so beim Promovieren ist, da muss man ja auch erst mal so ein bisschen sich zurecht finden. Und ehrlich gesagt, ein bisschen überraschend rief mich ein, nicht mal ein Freund, sondern ein Kommiliton an und sagte, du, Christian, ich sitze hier in Ost-Berlin, am Alexanderplatz und bin Assistent von, ich weiß gar nicht mehr welchem Vorstand und wir brauchen dringend weitere. Ja, hier ist Chaos, hat er mir gesagt und ehrlich gesagt, so schaffen wir das nicht und hast du nicht Lust. So, und dann habe ich ehrlich gesagt zu dem gesagt, du, was soll ich dann mit meiner Doktorarbeit machen und so. Und dann hat er gesagt, du, du brauchst ja auch gar nicht, für immer kommen hier in dem Büro von Herrn Klins, da ist ein Assistent, aber der, der kriegt das alleine nicht mehr gewuppt, der braucht einfach mal jetzt für ein paar Monate jemanden zur Unterstützung. Willst du das machen? Drei Monate. So, und dann habe ich gesagt, okay, ich fahre da mal hin. Und dann habe ich mit dem Assistenten gesprochen und mit Klins gesprochen und dann haben die mir danach, ich war am Freitag da, würde ich sagen, ich hatte den noch überrascht, weil ich kam mit einer Reisetasche an und dann sagt er, was machen Sie denn hier mit einer Reisetasche? Und dann sagte ich, ach, wenn ich schon mal in Berlin bin, dann bleibe ich das Wochenende so. Und das fanden die irgendwie gut und dann hat Klins mir noch an dem Nachmittag gesagt, er würde mich nehmen. Wann war das genau? Ich würde sagen, ich habe am 1. März entweder das Gespräch geführt oder da angefangen. Also jedenfalls einen Monat bevor Roveda ermordet wurde. Also erstmal, ich hatte einen Schreibtisch. Ich würde sagen, das war schon ein Privileg, nah am Vorstand zu sein. Also ich hatte einen Schreibtisch und ich würde sagen, ich hatte ein Telefon auf jeden Fall, ein altes DDR-Telefon. Und ich hatte dann auch relativ schnell einen PC auf dem Tisch stehen, nicht gleich zu Beginn. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es bei anderen anders war und es wurden ja jeden Tag jede Menge neue Leute rekrutiert. Und das war am Anfang eine wilde Mischung aus, sage ich mal, jungen Wessis wie mir. Ganz alten Ostlern, die eben vorher schon im Ministerium waren oder irgendwo in der DDR-Wirtschaft. Teilweise echt netten Menschen, muss ich sagen. Und dann westlichen Erfahrenen, aus meiner damaligen Perspektive Erfahrenen entweder Ministerialbeamten oder Managern von irgendwelchen westlichen Unternehmen als sogenannte One-Dollar-Man ausgeliehen, zumindest zu Beginn. Das war so die Mischung. Und mein Tag hat immer sehr früh angefangen. Das habe ich ganz schnell gelernt, dass also in der DDR und damit auch in den neuen Bundesländern wurde eben früh angefangen zu arbeiten. Und zwar nicht nur im Werk, sondern auch am Schreibtisch. Also das war ein Riesenunterschied zu Westdeutschland. Also da musste man um sieben da sein. Und ich würde sagen, ich habe teilweise um sieben da gesessen und hatte auch um zehn nach sieben den ersten Anruf von irgendeinem Kombinat oder ehemaligen Kombinat. Waren ja alles dann schon in westlichen GmbHs und AGs überführte Firmen. Und dieser Tag, würde ich sagen, der war sehr stark zu Beginn strukturiert von dem, was gerade passierte. Das hat sich nachher ein Stück geändert. Aber in den ersten Monaten, ich würde sagen, Alexanderplatz, da passierte irgendwas und da musste was organisiert werden. Da gab es noch keine Prozesse. Also ich würde sagen, da saß man dann oft in seinem Büro, teilweise mit Klinz und hat versucht, sich irgendwie einen Überblick zu verschaffen. Also ich kann mich erinnern, das hat nie ganz aufgehört. Das war ja noch das vordigitale Zeitalter. Ich hatte Mappen auf meinem Schreibtisch liegen in einer Höhe so und auf der anderen Seite nochmal. Und ich würde sagen, ein großer Teil meines Jobs bestand darin, dieses ganze Material, was aus den Direktoraten, aus den Abteilungen, also aus denjenigen, die sich operativ um die später dann ja mal 14.000 Firmen kümmernden Abteilungen, also sowohl für die Sanierung, Privatisierung und so weiter, diese Mappen durchzuarbeiten. Und mir einen Überblick zu verschaffen. Und was musste der Klinz entscheiden, was musste der Klinz nicht entscheiden, was musste in den Gesamtvorstand gegeben werden. Also es hat sehr stark meinen Tag geprägt. Plus immer wieder Anrufe, sowohl von Unternehmen, die irgendwie eine Hilfe haben wollten, ich kann dazu gleich ein schönes Beispiel erzählen, oder aber auch von den Abteilungen und den Direktoraten in der Treuhand, die teilweise auch dann sagten, das muss der Vorstand entscheiden. Was sagt der Vorstand dazu? Können Sie da mal mir einen Termin organisieren, dass ich das mit Klinz besprechen kann? Also die Tage waren echt lang. Also ich würde sagen, ich habe selten später als sieben angefangen und ich würde sagen, ich bin selten nach, vor acht oder neun aus dem Büro gegangen in dieser Zeit. Hat mir auch nicht so viel ausgemacht. War schon auch spannend. Und Sie waren 27? Ich war 27 und ich würde sagen, ich habe das immer später so ein bisschen mit dem Wiener Kongress verglichen. Wir haben, glaube ich, irre hart gearbeitet, aber wir haben dann hier auch natürlich die ganzen Clubs in Berlin ausprobiert und so. Also schlafen war jetzt nicht die Priorität Nummer eins in der Zeit. Ich war noch keine zwei Wochen da. Da war ich mal wieder morgens um sieben da und das Telefon klingelt und ich kann mich leider nicht mehr erinnern, was für ein Unternehmen das war, aber es ruft eben ein Unternehmen an. Und ich sage, okay, was ist los? Und dann sagen sie, ja, liegt unser Kreditantrag nicht bei Ihnen auf dem Schreibtisch? Dann habe ich so gesagt, nee, der liegt bei mir nicht. Um was geht es denn? Ja, es geht um diesen Kreditantrag, wobei es waren ja am Ende immer, es ging um Bürgschaften, ja, die Treuhand hat ja nur gebürgt, die Banken haben dann ja die Kredite gegeben, die haben sicherlich ein super Geschäft damals gemacht. So, und dann habe ich mir das alles angehört und dann haben die mir die Dringlichkeit geschildert und dann irgendwann habe ich die Frage gestellt, und um wie viel Geld geht es denn eigentlich? Und dann haben die gesagt, um 13 Millionen. Und dann habe ich gedacht, 13 Millionen? Ich hatte davor das größte Geschäft, was ich in meinem Leben davor gemacht hatte, war mir ein Polo mal zu kaufen für 10.000 Mark. 13 Millionen, das war für mich eine unvorstellbare Summe. Dann habe ich so gesagt, 13 Millionen? Wofür brauchen Sie die denn? Ich dachte, die sagen jetzt, wir müssen investieren oder irgendwas. Dann haben die gesagt, nein, wir müssen für drei Monate die Löhne bezahlen, in unserem Unternehmen. So, und da ist mir, glaube ich, zum ersten Mal so richtig dieser Druck klar geworden, der da überall herrschte, dass eigentlich alles wegzubrechen drohte innerhalb kürzester Zeit. Und das schildert so ein bisschen eben dann auch die Situation, weil dann war ich ja nicht derjenige, der dieses Problem jetzt dann konkret lösen konnte, sondern ich musste dann den finden, der für dieses Unternehmen zuständig war. Später war das dann ein bisschen besser geregelt, aber am Anfang musste man sich erstmal quasi durchtelefonieren. Wer ist jetzt für dieses Unternehmen zuständig? Hat der davon schon gehört? Hat der den Kreditantrag überhaupt schon auf dem Tisch? Durch welche Genehmigungsprozesse muss der jetzt laufen? Wie schnell muss das gehen? Wie schnell können wir das überhaupt erledigen? Also das war für mich als Rookie, kann man sagen, irre. Ich habe da zwei Erinnerungen, würde ich sagen. Also in der Tat ist man morgens oft eben da durch diese Protestierenden reingegangen beziehungsweise in der Mittagspause eben rausgegangen. Ich kann nicht sagen, dass ich mich je irgendwie angegangen fühlte, wobei ja erkennbar war, wie wir rumliefen mit Anzug und Krawatte und so, dass wir sozusagen zu diesem Laden da gehörten. Aber ich kann nicht sagen, dass ich jemals irgendwie persönlich angegiftet wurde. Das kann ich nicht sagen und ich würde sagen, es hat mich lange auch nicht so richtig beeindruckt. Ich denke, dass schon so ein Stück, wenn man so unter Druck ist, sowas wie ein Chorgeist entsteht, der dann dazu führt, dass man sich auf der richtigen Seite fühlt und nicht auf der falschen. Und dass das auch dazu führt, dass man das vielleicht ein Stück auch abwertend betrachtet. So, sage ich in aller Vorsicht. Ich hatte dann ein wirklich sehr für mich wichtiges Erlebnis, würde ich sagen. Noch als wir am Alexanderplatz waren, also es muss so in den ersten Monaten passiert sein, weil wir waren so ab Juni oder Juli, würde ich sagen, erst, das wurde ja umgebaut, waren wir dann erst in der Leipziger Straße. Jedenfalls kam es hin und wieder vor, dass sozusagen sich eine Delegation eines Unternehmens bei der Treuhandanstalt anmeldete. In der Regel, wenn das kleinere Unternehmen waren, wurde das dann durch die Abteilungen oder die Direktorate erledigt. Wenn es ein ganz großes Unternehmen waren, hat es der Vorstand gemacht. Und manchmal hat es aber auch ein kleines Unternehmen geschafft, aus was für Gründen auch immer sozusagen Vorstandstermin zu kriegen. Und das gehört zu den nicht sehr häufig vorkommenden Malen, wo ich direkt dann eben nicht nur auf dem Papier, sondern auch oder organisatorisch, sondern mit dem Unternehmen zu tun hatte, weil so ein Unternehmen kam dann. Ich bin gar nicht sicher, ob die einen Termin hatten oder nicht. Jedenfalls kamen die und wurden auch vorgelassen und Klintz war gar nicht da. Klintz war nicht da. Ich weiß nicht, ob ein Termin oder ob wir auf Reisen waren. Jedenfalls war der nicht da. Und die haben es geschafft zu sagen, so wir sind jetzt hier, wir sind aus Gera oder Suhl oder jedenfalls ziemlich weit her kamen die. Und wir fahren nicht nach Berlin, um jetzt wieder zurückzufahren, um keinen zu sprechen. Und dann weiß ich noch, ich würde nicht sagen, ob ich mit Schöde, also dem Pressesprecher oder dem Stellvertreter von Schöde, Wauschkuhn, kann auch sein. Jedenfalls hat der dann gesagt, Herr Böllhoff, irgendwer muss jetzt mit diesen Leuten reden. Und ich glaube, sie sind jetzt dann der Richtige, dass sie das tun sollten, weil sie sitzen da in diesem Vorstandsbüro. Da habe ich gesagt, ich bin ja nur der Assistent und so bla bla. Jedenfalls am Ende habe ich mit denen gesprochen. Und das war für mich ein unheimlich wichtiges Gespräch, weil es war ein gutes Gespräch, würde ich sagen. Die haben mir wirklich die ganze Scheiße auf den Tisch geknallt, in der die da steckten. Leider die Details, muss ich zugeben, nach 30 Jahren, die habe ich nicht mehr auf der Rille. Ich habe so mehr dieses innere Erlebnis da. Da haben wir das alles auf den Tisch erlebt. Und da habe ich gemerkt, wie es denen geht. Ja, was das bedeutet, die Existenz wirklich zu verlieren. Das haben die wirklich gut erzählt. Es war kein großes Unternehmen. Und dann sind wir aber auch ins Gespräch gekommen. Und das war wirklich ein gutes Gespräch. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange es gedauert hat. Aber es war jedenfalls nicht so ein 20-Minuten-Termin. Es war eher ein Termin, der eine Stunde oder so oder anderthalb gedauert hat. Und dieses Gespräch hat mir sehr geholfen, würde ich sagen, die ostdeutsche Perspektive ist Blödsinn. Die Perspektive derjenigen, also Werktätigen hätte man ja damals gesagt, also der Mitarbeitenden zu verstehen. Und auch mit denen ins Gespräch zu kommen. Und auch, würde ich sagen, mit denen Lösungsideen zu entwickeln. Weil ich weiß ganz genau, dass ich mir da ein paar Notizen gemacht habe. Und dann anschließend habe ich die mit Klintz besprochen. Und ich würde sagen, dann hatten die so ein bisschen das Glück, dass da sie einen Anwalt hatten. Jedenfalls haben wir dann irgendwas für dieses Unternehmen bewirkt, würde ich sagen, was ohne diesen Termin, glaube ich, sonst irgendwo in der, sag ich mal, Masse verloren gegangen wäre. Und das war für mich eine wichtige Erfahrung in dem Augenblick, wo zwei Staaten zusammengelegt wurden und wo es eine Währung gab und einen Rechtsraum. Und man am Ende, da braucht man ja nicht drum herumreden, dass eben keine Wiedervereinigung, sondern ein Anschluss war. All das ist ja vor der Treuhand passiert. In dem Rahmen hat sich nachher die Treuhand bewegt. Aber wo das alles so war, würde ich sagen, waren die Bedingungen eben in Ostdeutschland und für die Treuhand ganz andere als in Polen oder in Tschechien oder in der Slowakei. Und von daher würde ich sagen, hatte an der Stelle der restliche Teil Osteuropas nicht diesen enormen Druck. Wobei ich immer sagen würde, in dem Augenblick, wo man sich für die Wiedervereinigung entschieden hat, war der Fisch an der Stelle gegessen. Und deswegen, die Treuhand war in keinem Fall eine reine Erfolgsgeschichte. Aber ich fürchte ein wenig, eine Transformation in der Größenordnung von so unterschiedlichen Systemen sich vorzustellen als etwas, was nicht enorme Anpassungsschmerzen verursachen wird. Das wäre naiv und das war vielleicht ein Stück auch damals naiv oder eine falsche Vorgaukelung. Also diese blühenden Landschaften, die aus der Portokasse zu bezahlen sind, sind für mich, ich will nicht von Lüge sprechen, aber das war mit Sicherheit eine totale Fehlprognose mal mindestens, wenn nicht eine kühle, sage ich mal Vorgaukelung, damit die Begeisterung nicht zu schnell verloren geht. Das war die Begeisterung nicht zu schnell.